Im hinteren Park läuft das übige Stil aus etwas außen, Christoph Sasseck. Er spielt gegen Mali, der auch im Böbel schon einen Stil, der die Eindrücke hinterlassen hat. Ich habe ihn selbst noch nicht so aufstehen gesehen. Das kann man machen. Dreimal so unangenehme Rückhandseitspunkt blocken, dass der Gegner nicht so richtig voll durchkommt. Der Ball dann liegt. Selbe zum Endschlag ansetzen. Bissere Start für Mali. Applaus Bissere Start für Mali. Come on! Applaus Bissere Start für Mali. Kommt! Applaus Bissere Start für Mali. Bissere Start für Mali. Bissere Start für Mali. Vielen Dank. 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 Yeah. Ja. Thank you. 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 not you. Thank you. Thank you. Da kriegst du dich! Applaus Bravo! Mann! Jetzt geht's nicht, Mann! Kann nicht sein! Ein Applaus, das Scheißdinger! Gott, das hört man! Auf! Beides! Beides! Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Applaus